Hi, ich bin die Mel und ich habe mir gedacht, ich stelle mich einfach mal persönlich vor. Eventuell gehe ich dann auch im Herbst auf die Bühne. Ich weiß noch nicht in welche Klasse ich gehe, ob es Fitness, Shape oder sonstiges wird. Einmal kannst du dich so live zeigen. Fokussiert euer Ziel, reißt euch zusammen, ihr werdet es schaffen. Der Weg ist nicht immer leicht, jedoch kommt es nicht darauf an, wie schwer oder wie leicht etwas ist, sondern es kommt darauf an, wie viel Kraft und Schweiß du bereit bist zu investieren, um dein Ziel zu erreichen. Wir sind es und du bist es auch. Du kannst es schaffen, wenn du es willst. Let's go! Das wird ein Erfolg und ich ziehe es richtig durch. Und ja, vielleicht zieht man sich ja sogar auf Erflugung. Und auf jeden Fall dieses Jahr will ich nicht mehr. Und bis dahin. Train in the sand. With no pain, no gain. Athletic Warriors, let's go! 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 Vielen Dank.